Jupp Schmidt ist der Verzweiflung nahe. Er ist seit Stunden auf der Suche nach Zollinformationen und seine eigentliche Arbeit stapelt sich schon auf dem Schreibtisch. Wie konnte das passieren? Jupp arbeitet in der Importabteilung seines Arbeitgebers und in der Exportabteilung ist ein Kollege ausgefallen. Jupp soll dessen Aufgaben übernehmen und wichtige Exporte durchführen, damit der Betrieb reibungslos weiterlaufen kann. Er fragt bei Kollegen nach, versucht aus verstreut deponierten Ordnern aktuelle Informationen zu Exportabwicklung, Exportvorschriften, notwendigen Dokumenten und vor allem genaue Arbeitsanweisungen zusammenzutragen. Fündig wird er allerdings nicht. Am Ende muss er seinem Chef mitteilen, dass er die Aufgabe leider nicht bewältigen kann. Der fragt ihn, hast du auch schon in unserer neuen Software nachgesehen, dem Zolloffice? Das Zolloffice! Na klar! Jupp lockt sich sofort ein. Im Zolloffice findet er in kurzer Zeit alle Informationen, die er benötigt. Arbeitsanweisungen, Dokumente und Workflows und sogar die neuesten Entwicklungen in Sachen Zoll. Umgehend erledigt er seine neuen Aufgaben. In den nächsten Tagen hilft Jupp erfolgreich dabei, den Betrieb im Export aufrecht zu erhalten. Am Ende der Woche ist Jupps Chef hoch zufrieden und Jupp ebenso. Würden Sie auch gerne Ihre Zeit und Ressourcen produktiv einsetzen und kompaktes Zollwissen auf einen Klick verfügbar haben? Neue Mitarbeiter schnell und effektiv einarbeiten, alle Arbeitsanweisungen und Bewilligungen dokumentieren und stets aktuell und jederzeit verfügbar halten? Wollen auch Sie stets auf dem aktuellen Stand in Sachen Zoll und Export sein und Ihren Zollprüfungen entspannt entgegensehen? Kein Problem! Fragen Sie uns einfach. Wir erklären Ihnen gerne alle Details zum Zolloffice.